Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gold Rush The Game hier aus D-Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier fleißig dabei, Gold aus der Schale rauszusammeln und versuchen natürlich unser Bestes Mögliches dabei auch noch an Gewinn zu machen. Ist das denn hier kein Goldklamm? Doch, ist er. Denn wir haben immer noch das große Ziel, den Bastisch zu holen. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, vier Eimer von diesem Goldschlamm zu erwirtschaften. Doch, kann man ruhig sagen, wir wirtschaften. Also so viel zu baggern, dass wir vier Eimer voll hatten und dass wir genügend Kraftstoff hatten und ähnliches. Wir werden natürlich, ich gehe ganz stark davon aus, dass ich mir noch zwei Kanister hole, damit ich gerade 20 Kanister habe. Damit ich dieses Monstrum von Bagger immer mal wieder voll tanken kann. Damit da nicht irgendwas passiert, was nicht passieren darf. Ich bin mir nicht sicher, ich senke das nochmal ab. Ne, ist gut. Da kommt kein Dreckwasser mehr raus. Alles einmal darüber kullern lassen und dann ganz langsam hier hin. Irgendwann fängt das alles an zu kullern und dann, zack, zwei zurück. Und dann haben wir das hier relativ offen liegen und können das hoffentlich relativ schnell einsammeln. Denn so ein bisschen die Zeit habe ich noch im Nacken. Das ärgert mich so ein, also, ja, das ist knapp. Das ist wirklich knapp. Ich weiß auch nicht, ob so ein Waschtisch vielleicht sogar noch mehr Gold rausholt, was effektiver ist, als wenn wir das hier mit der Hand machen. Nicht nur, dass das wesentlich weniger Zeit kostet und wir dann wahrscheinlich zweimal am Tag tanken werden. Oder dann halt regelmäßiger tanken. Oder uns einen Tankwagen besorgen. Anhänger hinten dran haben, wo wir dann erstmal ordentlich Kraftstoff haben und wir dann am Bagger fahren. Und dann können wir dann mal voll tanken. Ich weiß auch nicht, wie das später mit den ganzen Gerätschaften alles funktioniert mit den großen Tanks. Naja, das kriegen wir schon hin. So, gut, dann haben wir das hier auch weg. So, dann, jo, mit der Schale in den Eimer umschmeißen. Immer wichtig sowas. So. Dann geht's los. Einmal Gold waschen, bitte. Ja, das macht so einen Spaß. Wir waschen unser Gold aus. Naja, das hat diesmal nicht ganz so gut geklappt. Da waren wir schon wieder verwirrt. Ich bin auch schon wieder verwirrt, warum der Wasserstand in dem großen Becken schon wieder irgendwie komisch aussieht. Also schräg aussieht, aber naja gut. Das kann jetzt auch die Optik sein. Jetzt sehe ich das hier ja schon geschlagene halbe Stunde die ganze Zeit im Hintergrund. Kann natürlich auch der Knick in der Linse sein. Im Alter, da kriegt man ja eh ein paar merkwürdige Sachen. Funktioniert jetzt im Kopf nicht mehr so gut. Jo. Oh, Kater beklagt sich gerade auch wieder über Spangeln und Aufmerksamkeit oder so. Ich weiß nicht, was er hat. Jo. Warte ist. Mhm. Wird der Hunger sein. Man weiß es nicht. Ey, seine Sprache ist jetzt doch recht eindimensional. Oh, da ist aber noch ein Goldklümpchen. Guck an. Das hatte ich gar nicht mehr gesehen. So 350 Gramm. Also wir sind also schon weit über dem, was ich eigentlich erwartet hätte. Jo. Äh. Was? Guck mal her. So. So, jetzt müsste der Eimer auch leer sein. Der ist auch leer. Gut. Letzte Waschung. Also ich hatte ja mit einem Schnitt von 80 Gramm pro Eimer. Äh. Der wäre ja schon ganz gut gewesen. Jetzt haben wir schon 350 Gold plus die 10, die wir wirklich müssen. Und so schon bei 90 Gramm pro Eimer jetzt im Schnitt. Und ein paar Gramm kriegen wir ja. Noch raus hier. Ein paar Gramm sind es noch. Ne. Wir könnten 370 Gramm vielleicht kurz davor irgendwo enden. Gut. Dann müssen wir dann 30 Prozent von abgeben. Das sind ein bisschen über 110 Gramm. 200 Gramm verkaufen wir dann also für uns. Oder 250 Gramm verkaufen wir dann für unsere Tasche. Das ist bei einem aktuellen Preis von 3 irgendwas sind das über 6000. Und 1700 müssen wir für den Baggerkredit noch abgezahlen. Das reicht hin. Wir können uns den Waschtisch leisten. Ich bin ja wieder ein bisschen begeistert. Noch ein Gerät mehr, was wir dann elektrisch anverbinden müssen. Na gut, das ist ja nicht das Problem. Und was wir dann mit Wasser versorgen müssen, auch kein Problem. So. Gut. Gehen wir jetzt mal durch. Wir können das Ding dann mal wegpacken. Dann nehmen wir jetzt hier mal die Eimer mit. So. Den nehmen wir. Ah ja. Jetzt hat er sich freigebackt vom Boden. Dann müssen wir bloß dann nachher an der Tankstelle drauf achten, dass sonst wenn wir die Kanister alle rausholen, die Eimer nicht durch die Gegend fliegen. Und schwierig so ein Eimer. So. Ähm. Obwohl, die könnte ich ja nicht jetzt so unten gleich rausschmeißen. Wenn ich jetzt eh nochmal runterfahre zum Tanken. Von dem, also den einen Kanister, den wir hier haben, den will ich ja noch in den, in den Bagger kippen. Dann kann ich auch die Kanister gleich alle rausschmeißen, die Eimer da unten alle rausfeffern. Alles klar. Grundvoll eingeparkt, würde ich sagen. So. Dann machen wir hier mal unser Licht an. Dann nehmen wir hier mal einen Eimer. Bala. Ah, da geht's schon los. So. Dann nehmen wir den nächsten Eimer. Du hast noch Diesel drinne. Warte mal ganz kurz. Dann muss ich mal hier kurz an den Bagger laufen. Das kann da reinlaufen, während ich hier weitermache. Und zwar den Eimer hier nehmen. Da hinfeuern. Den Eimer nehmen. Und da hinfeuern. Und dann haben wir hier noch einen Gartenschlauch. Den können wir hier auch einfach mitten ins Lager rein. Und dann haben wir hier noch eine Schnur. Die schmeißen wir auch einfach mal hier hin. Und dann haben wir hier noch irgendwo so einen, genau, so einen Verteiler. Den pfeffern wir auch da hinten hin. So. Liegt das jetzt erstmal da? Wir werden ja garantiert mal irgendwann drüber fahren. Aber gut, Schicksalsschläge. Passiert halt. Muss es mir klarkommen, das Material. So. Ist aber auch eine Unordnung hier. Mann, Mann. So. Rein in den LKW. LKW sag ich schon. Ach so, den Motor müssen wir noch anmachen. Schwierig. Ganz schwierig. Map. Karte wiederherstellen. Nee, wo kann ich denn? Irgendwo konnte ich doch hier... Mal das wiederherstellen klicken. Okay, dann steht der jetzt da. Ich hoffe, dass die ganzen... Ja, die können jetzt was hinten drauf. Und jetzt müssen wir hier mal drehen. Dann machen wir mal noch ein Licht an hier. Damit wir im Drehen auch was sehen. Und dann geht's los. So, und jetzt ist auch gleichzeitig der Test, ob die neue Festplatte, die wir jetzt haben... Also jetzt ist das... Aua. Also, wer die Einfahrt hier so gebaut hat, ne? Schwierig. Ob die Tests, die wir haben... Also wahrscheinlich soll das verhindern, dass du dann mit einem Kipper hinkommst oder sowas. Mit so einem großen LKW oder irgendwas. Ähm... Jetzt kann ein Glück sein, ne? Dass es genau dafür da ist, dass du mit dem LKW nicht rausfahren kannst. Jetzt habe ich auch vergessen... Den Fahnen vergessen. Oder das vergessen, wovon ich jetzt gerade gefasselt habe. Ah ja. Bestplattentest. Wie lange das Laden hier dauert von dem neuen Gebiet. Aber das scheint sich nicht... Merklich. So besser zu haben. Oh, 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 oh. Bisschen bisschen auch noch... Bisschen glitschig hier. So, 22, 30 haben wir. Naja, so richtig... Also ein bisschen schneller ist es, glaube ich. Aber so richtig viel schneller. Keine Ahnung, warum man das so macht, ne? Dass man da wirklich hier nicht so ein Loading-Screen durchsieht. Also müssen die Leute auch selber sehen, dass das, mal sagen wir mal, minder praktikabel ist. Also. So, dann wollen wir mal alles Gold hier reinhauen, was wir haben. 1.300 Dollar kostet uns das, 37 Gramm per Stunde. Na ja, gut. Oh, eine Errungenschaft haben wir bekommen. Die Errungenschaft haben wir bekommen. Das ist gut. So. Hat das jetzt auch eine Viertelstunde gedauert? Ja. Gut, drei Minuten sind schon um. Soll ich den Hakel beim Laden und beim Speichern war auch schon wieder da? Aber geht ein bisschen Zeit. So, jetzt muss ich mal endlich den wieder anmachen. Das ist immer aus, wenn ich irgendwie aus dem Fahrzeug aussteige. Los, komm, Blacksmith. Mach hin. Ich will es verkaufen und ich will dann wissen, wie viel Geld ich dann habe. Das wird knapp. Das wird doch noch knapp, weil... Ich habe nicht mit 37 Gramm Verlust gerechnet hier. Die habe ich nicht rausgerechnet gehabt aus meiner Rechnung. Und dass das hier noch 1.300 Dollar kostet, habe ich auch nicht beachtet oder bedacht, dass es so teuer wird. Hm. Schwierig. Das könnte ganz... Das könnte wirklich knapp werden. 370 hatten wir davon 30 Prozent. Das sind 100 Gramm. Das sind ungefähr... Also der will ungefähr... Sag mal, für ihn müssen wir 4.000 abrechnen. Für das, was er haben will. Und jetzt haben wir hier auch einen ordentlichen Barren. Zack. Also für die Pacht müssen wir 4.000 abrechnen. Dann müssen wir abrechnen... Plus 1.700 dafür... Sind 3.000... Äh, sind 4.000 oder 5.700 müssen wir abrechnen. Also müssten wir jetzt... Weit über 10.000 Dollar kommen. ...dass sich das lohnt. Goldbarren verkaufen. Oh, der bringt... Oh ja, 14.000 Dollar. Das reicht. Verkaufen. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das hier verkaufen möchte. 14.000 Dollar. Das reicht. Wie sieht das aus hier mit dem Kredit? Aufgenommen. Kreditbetrag. Gesamtschuld. Tagessatz. Wenn ich Kredit... Äh, das würde ich jetzt gar nicht... Ach ja, wie viel von deinem Kredit möchtest du zurückzahlen? Ach so, da kann ich sogar... Aha. Abbrechen. Ähm, ich habe immer noch so viel Schulden? 21.000? Oh. Das hier bitte. Das ist ja zart bitte. So. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal noch zurück zum Shop. Weil ich denke mal, wenn da 6.000 abgezogen werden... Ja, ja, ja. 21.00 Uhr gehen die Glocken los. Was macht ihr denn? Lass doch die Damen und Herren Leute schlafen. Wenn die um 23.00 Uhr die Glocken hier anschmeißen. Dann kaufen wir zwei Kanister und den... Ach so. Na gut. Die Kraftstoffe muss ich auch noch... ...wieder reinkriegen. So ein Waschtisch. Naja, gucken wir mal. Wenn der Waschtisch 5.000 kostet... Ah, ist das. Ich muss mal alles drin haben. So, dann gucken wir doch mal, was der Waschtisch heute für einen aktuellen Kurs hat. 5.600. Na komm. Ich nehme ein. So. Hätte ich gerne. Ähm... Dann hätte ich ganz gerne noch zwei Kanister. Dann haben wir 20 Stück davon. Wollen wir noch irgendwas? Einmal haben wir genug. Das haben wir genug. Das haben wir genug. Gut. Wir kaufen einen einen Waschtisch. Da steht er. 5.600 Dollar haben wir ausgegeben. 9.000 haben wir noch ein Konto. Das ist okay. Damit kriegen wir auf jeden Fall alles abgeglichen hier. So. Wasserstrom. Und dann irgendein Zeug da dran. Und dann hat er auch einen Ein- und Aus-Schalter. Der hat auch einen Ein- und Aus-Knopf. Nehme ich an. Da, ja. Okay. Okay. So. Noch zwei neue Kanister. So. Und ein Waschtisch. Oh. Den kann man aber gut tragen. Oh. Oh. Da müssen wir mal Ordnung machen, wenn wir an der Tankstelle sind. Wie lange geht das hier? Sieht nicht schön aus, aber... Wird's machen, ne? So. X. Leertaste. Und Abfahrt. Vielleicht gibt's deswegen auch den Autoanhänger. Obwohl, die nächsten... Also die nächsten 5.000 Dollar oder was wir da kriegen, werden wir natürlich hier investieren in den Magnetitwagen. Auch wenn das nicht allzu viel Geld gebringt, aber wir haben ihn dann wenigstens. Und dann kann ich das Magnetit eventuell nutzen. Und vielleicht kann ich dann mit dem Magnetit, was ich habe, da sollte schon einiges drin sein eigentlich. Vielleicht eventuell bei der Schmelze mir schon einen kleinen Buff kaufen, ne? So. Dann sind wir bei der Tankstelle. Dann machen wir unsere Funktion hier mit an. Dann stellen wir jetzt erstmal den Tisch hier runter. So. Lässt sich schon mal so gut aus. Und dann können wir hier Kanisterstapel machen wieder. Erstmal hin da alle. 20 Kanister volltanken, das ist auch noch nicht mal so billig, glaube ich. Huch, naja, gut. Ähm, bleib mal stehen, so ist gut. Ähm, so 20 mal knapp 40 Dollar jetzt, oder was das immer kostet. Das ist schon wieder ein bisschen was los. Die Kante muss ja nicht unbedingt stehen, ne? So vereinzelt kann er ja nicht draufstehen. Das wird sowieso alles durch die Gegend kurbeln, wenn ich hier mit der Zapfpistole durchlaufe, aber naja, man kann ja hoffen. Ah, warum schmeißt du die denn hier oben drauf, die da ganz woanders sind? So. Alter, das hat alles in der Arbeit aus. Wenn wir die Kanister drunter haben, dann werden wir erstmal den... Was ist mit dir denn los? Krächernfall? 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 Also das Spiel hat echt Potenzial Aber man sollte vielleicht noch drüber nachdenken Das auch zu nutzen Oder nutzen zu wollen Weil da haben wir uns ja echt viel verschenkt Also was da am Flair kaputt geht Weil du so leichte Bugs drin hast überall Mal gucken Da ist bestimmt noch einer da oben drauf Ja da ist noch einer in der Ecke Kommen sie her Durchziehen 1,2,3,4,5 10,11,12,13,14 16,17,18,19,20 Ja Was ist denn das wieder Den kannst du nicht mal gerade abstellen Weil du den immer schief in die Hand nimmst Alter Ernsthaft Leute Genau das meine ich halt Man könnte so viel schönes Potenzial Hat man hier in diesem Spiel Und man nutzt es einfach nicht Weil man immer wieder die Sache kaputt macht Dann haben wir jetzt hier Erste die Möglichkeit ordentlich zu tanken Tanken So Ne hier komme ich nicht durch So von hier Tanken Also ich hoffe mal dass ich nicht ins Minus komme Aber ich denke nicht dass es soweit kommen wird Ja das geht natürlich auch Kann man auch einfach mal runterfallen Das geht natürlich Das ist ja nicht weiter schlimm Passiert Welcher Anfall Hat man einfach mal die Pistole losgelassen Aber die im Tankrad glaube ich Wenn er das sehen würde Bei Jahren ein bestimmt Gibt es eigentlich so eine GeoV-Rechnung hier irgendwo Also so eine Glanz Wo man jede einzelne Ausgabe sieht Das müsste ja lustig aussehen Oha Wollte ich ja noch nicht So dann stecken wir den erstmal da rein in Rüssel Und gucken wir erstmal Wie wir jetzt hier alles umgekippt haben So Wollen wir jetzt hier mal die ganzen Kanister da rein sortieren Oh das wird lustig Wenn wir den Tisch dann daraus operieren wollen Und dass wir zu Hause sind Da könnten uns die Kanister abhanden kommen Naja wollen wir aber das Beste hoffen Dass es nicht so ist Oh wir müssen die Kanister vorher da rausnehmen Also das ist Wenn du es in der Hand hast Dass es dann auch so eine hässliche Kollision hat Und so richtig schön Dinge durch die Gegend schiebt Das finde ich ein bisschen tricky Aber es ist halt so So Weiter geht es hier mit unseren Achso da hinten haben wir auch noch was voll in die Tank So das können wir auch schon mal wegräumen So Dann stellen wir die wieder auf hier Wie die kleinen Zinnsoldaten Genau auf die Kante So Dann können wir den jetzt hier nehmen Dann geht es hier weiter Ach du liegst schon wieder Naja gut Macht nix Richtig trotzdem vollgetankt Hoppala Das ist ja nicht einfach ein Knopfes volltanken Das hätte ich auch was schönes Achso zum Ferntanken habe ich auch einen Kommentar gekriegt Das geht also nicht Oder das geht halt eben nur Wenn man wirklich den großen Irgendwie eine große Maschine dafür hat Oder den Anhänger dafür hat Dann geht das wohl So Jetzt müssten alle Kanister voll sein Sehr schön Wir haben noch 8300 Dollar Auf dem laufenden Konto So knappe 6000 denke ich mal Werden beim Tag-Nacht-Wechsel Jetzt gleich Abhanden kommen Ich hoffe der Tag-Nacht-Wechsel Das ist nicht während der Fahrt Aber ich glaube dann wird es uns ordentlich versetzen Aber gut Wir müssen uns das hingekriegt Dass auf dem Fahrzeug nicht alles noch durch die Gegend Das wäre ja auch noch lustig Wie bei manchen Spielen Wurde dann halt eben Oh Schönes Bild Haben wir auch hingekriegt So Gut Dann habe ich ein schönes Bild Das ist ein Abschlussbild Wir fahren jetzt Ach da kommt Das machen wir jetzt noch schnell Wir fahren jetzt noch schnell zurück Naja Wo soll ich anmachen Die werden hier hoffentlich noch genügt Bleibt schon für die nächste Fahrt drin haben Ja Muss ich jetzt erstmal noch nicht ansehen Tschüss Tankstelle Tschüss Stadt Wir sehen uns morgen Nacht wieder Wo ich dann die nächsten 10.000 Dollar verdienen will Hätte aber auch nicht gedacht Dass mein Kredit noch so hoch ist Da habe ich echt nicht mit gerechnet Ich war noch mal so viel So viel Kredit noch im Laufen habe Weil den müssten wir ja sowieso dann abbezahlen Bevor wir den nächsten aufnehmen Oder sowas Das ist ja echt hoch Was er da bezahlt Das haben wir nachher noch Nach der nächsten Rate zahlen Und nochmal drauf gucken Ob der Kredit dann immer noch so hoch ist Nicht dass der gar nicht geringer wird Das sind nämlich nur Zinsen bezahlen Und gar nicht den Kredit zahlen Das wäre auch fatal Dann müssen wir uns wirklich darum kümmern Dass wir den Kredit loswerden Aber ich sag mal so Dass wir also jetzt noch einmal so eine Aktion So mit vier so einem Eimern Ich denke mal sollte schon ordentlich was bringen Gut Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Wenn wir den Waschstisch aufstellen Der kann ja quasi auch da unten mit hin Oh ich habe doch gesagt Ich fahre da einmal drüber Dann sind wir nämlich schon dran Gut dann halten wir hier mal an Machen das Licht aus Damit die Batterie nicht ausgeht Und verabschieden uns Achso wir machen mal Auch das Licht vom Bagger aus Hier Damit dann da die Batterie ausgeht Ach das ist sogar aus Okay Gut was war das denn jetzt Wie viel Licht was hier strahlt Egal Den Mond sehen wir Und wir haben jetzt 1 Uhr 9 Tage bis zum Herbst Wir kriegen jetzt noch die Abrechnung Das nehmen wir noch mit Und da sehen wir Dass wir knapp über 6000 sogar bezahlen 4699 wollt ihr eher haben 1688 für die Kreditrückzahlung 120 Kubikmeter Erde haben wir verbaut Und 371 Gramm Gold Ach das was wir weggeschmissen haben Hat er gar nicht mitgezählt Okay Das ist ja nett von ihm Weil hier hätten wir jetzt gesehen 371 Gramm war ja unser Das was wir so hingebracht haben Wie viel Gramm wir wirklich weggeschmissen haben Und ich meine ich hätte 10 Gramm Gold weggeschmissen Aber okay die hat er nicht gezählt Gut Wenn es euch gefallen hat Könnt ihr gerne ein Like da lassen Und oder ein Abo Ich würde mich riesig drüber freuen Und uns beim nächsten Mal wiedersehen Bis denn Tschüss